dreamt der martin ausnahmsweise damit wir uns vorher gesagt damit gleich einmal sehen wie es ist wenn man was trifft so ist es werden wir werden alex wahrscheinlich sehr enttäuschen er schaut sich mein stream immer recht gerne aber da wäre darüber hinweg kommen also fremden rate und auflösung sind konstant das passt ich habe kein wunder bei der leitung ja entschuldigung das darfst du marinos nicht hören lassen da weißt du den kopf ab marinos ich habe eine 120er leitung und ich habe auch bloß eine 120er weil eigentlich hätte ich 250 aber das packt meine fritzbox nicht genau warum kann ich mich jetzt bloß in eine richtung bewegen langt doch noch einmal in eine richtung in meinem fall schon ja du hast dann die ehre auszuwählen wo man runter geht da habe ich momentan kein glückliches ähnchen tut er fangen wir gleich gar keine koppel raus gehen wir gleich in die kopfkoppel weißt du nicht, dass es über dich ist naja schon einmal ja irgendwie kann ich mich nicht trauen oder irgendwas aber deine maus ist schon eingesteckt ja ich kann mich umschauen ja das ist schon mal spitze ja schon mal gelost, wie gesagt normalerweise reicht eine allrichtung zum laufen ja dies ist ja jetzt ja das gegangen, das war netzlos ja jetzt ja das hat jetzt echt, das ist netzer was wir reden gut, schau mal also ich seh außer dir niemanden, die dann mit uns runtergekommen wir haben ja ein Boot gleich da, wie es war ja, das sehe ich dann gehen wir da mal systematisch durch alle Häuser, oder? würde ich mal sagen können wir machen, oder? Auto hätte ich auch zur Not gefunden, zwei Stück sogar ich glaube perfekt das ist ja direkt einmal brauchbare brauchbare so jetzt hat sie noch einmal da runter nein so wenn wir noch in der Zone sind, dann bin ich schon dankbar da bewinke ich mich auch wieder und ich hab Texturen auf Anhieb ich bin begeistert die wer will so wenn es ah oh nein da liegen drei Rucksäcke nebeneinander das ist eine Taktik und wir machen so 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 ich komme jetzt dann so so ich so so M-Stufe 2 und der Vierfachsuche, das ist doch schon mal gut. So... Was noch schön wäre, wäre irgendwie so ein M416 oder so. Ich hätte so jetzt schon mal eine AKM gefunden wenigstens. Mit der russischen Fabrikate Hose, wenn nicht so. Ja. Hey. Okay. 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 maschinen die vierzehnzeuge an den lokalen Das ist für Hausaufgaben. Wahnsinn. Also ich spür mir wieder den Medic, hab schon zwei Jahre aus der Hilfe gehoffet. Wir sollten uns dann langsam einmal... Ja, ist auch meine Meinung. Wir nehmen jetzt das eine Heusel mit und dann hupfen wir gleich ins Auto. Hast du die Autos auch gesehen? Äh, nein. Auf der Straße draußen, aber dann machen wir uns mal auf dem Weg. Hier unten schnell schauen, ob da noch irgendwas ist. Aber dann hol ich schon mal das eine Auto. Ja, passt. Ah, ja, wenn ich jetzt noch Rucksack Stufe 2, wenn ich jetzt noch ebbs... Ja, ich hab leider nur eine Stufe 1 gekriegt. Wo rennen wir denn hin, sag mal. Das ist eine gute Frage. Ja, das habe ich. Ich hab wohl gar nicht geschaut, wo sich die Zone eigentlich hinzubefragen. Ja, stimmt. Weil um Rochok rum ist halt immer ein Hafer los. Jetzt wird aktuell weniger los sein. Und dazu lassen wir erst einmal da um eine Laffern. Bei fast am gescheitesten. Dann, ich bin jetzt einmal auf der Straße. Ja, ich komm noch gleich entgegen. Ich hol den Uhr jetzt noch und dann... So, ich komm bloß auf dem richtigen Platz jetzt. So, du stehst da hinten auf der Straße. Äh, voll in die falsche Richtung. What dann? Eine Sifa, die ist lustig. Na gut. Schauen wir mal. Willst du dir bei Geld mal markieren? Schauen wir mal, ob du damit einverstanden bist? Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Im Zweifelsfall merkt man es ja dann, wenn wir da in die Nähe gehen und die Schürzen laufen, dann können wir dann quasi direkt die Brücken reinnehmen, wenn es war. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil mit dem Strand habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Besonders wenn man mit einem Boot fährt. Stimmt, ich würde dich ja nicht mehr noch nehmen können, gell? Ja, da waren wir. Ja, da musst du halt so außen rum tingeln. Ja, da waren wir eine Zeit unterwegs, bitte. Ja. Nächste wird's. Ja, da war's. Ja, da war's. Ja, da war's. Ja. Ja, da war's. Ja, da kommen wir eh Ski hin. Das sind ja gar nichts. Ja, Jui. Hähä. Ja genau, der Heuballen hat es ausgemacht. Und noch härter, du. Glaub's auch. Komm. Komm, du wärst der Wahnsinn. Von wegen Rinderwahn. Wenn du nichts zum Beißen hast. Ich war das beim letzten Mal, wo der... Wo ist der Tobi dagegen gefahren? Ich weiß gar nicht, auf alle Fälle. Er hat das Saubleib hergegangen, wenn wir alle draufgegangen haben. Ja. Ich wollt grad sagen, da steht noch eine Ruhe zu fahren. Wow. Ja, da sind sie zwei. Ja, ja. Hast du das gesehen, oder wie? Ich fahr einfach mal weiter. Ja, ich fahr weiter, ja. Aus dem Auto zum Schießen ist immer so... Ja, ja. Gehen wir mal da hinter die Mauer auf alle Fälle, weil... Ja. Dann stellen wir da raus. Welcher Richtung waren denn die da? Richtung Osten, oder? Die sind jetzt ziemlich genau Osten von da aus. Wenn ich mich jetzt direkt daisch. Also... Die waren links von dem... Also von jetzt aus gesehen, von dem Urz müssen sie links stehen. Aha. Gut, dann gehen wir lieber mal da außen rum auf die andere Seite. Wahrscheinlich werden sie es jetzt gleich eh von der anderen Seite mal... Wischen. Ich hätte gerne in das Haushalt da. Die Tankstelle, oder was das ist. Ja. Passt. Also die Luft scheint so weit rein zu sein. Mhm. Also ich bewege sie ja. Also ich habe zumindest da nichts beweging gesehen. Im Prinzip müssen wir eigentlich weiter in die Richtung, wenn man jetzt mal die Zone irgendwo mal abhält. Die wird irgendwo da oben, wenn die mal zu gehen dann. Ach. Die Teuren fahren sie aber scheinbar schon. Ja. Schaut sie aus. Bist du das der da fährt? Nein. Nein. Das sind die zwei mit dem Urz. Wo fahren die drauf zu? Auf. Nein. Die sind übers Bergerlwecker gefahren. Okay. Also Richtung 195 sind sie abgedampft. Aber der Urz reicht schon schön. Ich höre was. Ja. Nein. Hört mich. Die sind vor uns. Einen habe ich ausgelockt. Ja. Der andere ist hinterm Bahn. Ah. Ah. Da habe ich zu lange angeaimt. Mist. Die hätten nicht damit geredet, dass die umdrehen. Hast du den ersten jetzt sogar erwischt? Doch, den ersten habe ich ausgelockt. Aber das Problem war, ich habe aber bloß ein Vierfach drauf gehabt. Und bis ich da hingeaimt habe, habe ich mich ja schon erwischt natürlich. Ja. Die hätte ich wahrscheinlich nur mit der normalen rechten Maustaste. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber ich glaube, dass der andere nicht überlebt hat, erzähle ich. Ich weiß nicht. Ich habe nur geschaut. Nein, nein. Durchlebt. Gut. Dann machen wir gleich das nächste, oder? Jo. Das würde ich sagen.